Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, klauen wir uns einfach alles zusammen. Schlaf gut. Das war's für heute. So, um was geht's jetzt? Klauen, was das Zeug hält. Ach, die scheiß Vögel, ja. Genau. Das war's für heute. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Ich halte mich lieber an das Gemälde. 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 Tja, Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Was? Hab ich denn jetzt? Oder was, wie, wo, 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 wo? Äh, Bogen zu spannen und, ups. Los, Alf, 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 und... Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besser hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon. Das wird wie früher. Spring einfach rüber. Ja, komm hier schon. Los, gehen wir. Schön, dass du's geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon. Erledigen wir Bessos Auftrag. Schnell und... Was? Direkt an, ob wir es sehen oder schauen. Wir brauchen... Okay. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du bist genau voraus. Du solltest dir auch so'n Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komm ich dann wohl nicht weiter. Laden wir ab, bevor der Midsommertag vorbei ist. Warum trinken wir nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren. Gehriert, komm schon. Gefällt dir die Kralle? Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erst mal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Du klaust aber schon noch, oder? Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Sieh mal, was ich gefunden hab. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Ich hatte Fertig. Wie wäre es einfach. Was wäre das kein Abstand? Was wäre das das Neig? Ich werde das in der Stadt. Was wäre das? Stefan? Ja. Ich werde das in der Stadt. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. Untertitelung des ZDF, 2020 Es wäre in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Ich hab's nur aufgewärmt. Okay. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftstein-Ding, das Bessow will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. So. Raus. Komm. Wack. Über den Sorge. Ja. Ich bringe dich. Ich bringe dich. Es sind ein.